Der Handschuh von Friedrich Schiller Vor seinem Löwengarten das Kampffspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen im schönen Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sie stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich Behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und reckelt die Zunge und im Kreise scheu umgibt er den Loi, krimisch schnurend, darauf streckt er sich murrend, zur Seite nieder. Und der König winkt wieder, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen sich mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier, das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Loi mit Gebrüll richtet sich auf, da wird still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von den Althandsrand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Läuen mitten hinein. Und zu Ritter Delors gespotten der Weiß wendet sich Fräulein Konigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie ihr es mir schwört zu jeder Stunde. Also hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter im schnellen Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte und aus der ungeheures Mitte nimmt er den Handschuh mit kecken Fingern. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehens die Ritter und Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lot aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Konigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020